... ... ... Herbert, hast du getrunken? ... 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 Ich will nicht, dass wir uns Männer entwickeln. Wir Männer müssen uns entwickeln. Was willst du dich entwickeln? Zu was? Glaub mir, du wirst dich gleich so schlecht fühlen, wenn du schlafen gehst. Ich fühl mich doch gerne schlecht, das ist gesunder, wenn du hinschiss. Das ist passiert, wenn man Alkohol trinkt. Genau das. Man fühlt sich elend, Herbert. Fühlst du dich elend, Herbert? Du bist dumm. Du bist dumm. Du hast Alkohol getrunken. Nein, nein, nein. Ich mache jetzt Party, Party. Nein, nein. Versuch es mal gerade zu sehen. Okay. Mein Arsch ist jetzt nass. Ja, gut. Fühlt sich jetzt gut an? Oh, mein kleines Heavy. Dann erst der Absturz. Dann so rausgehen, ich will kasten. Ich will zerstörer, ich will kasten. Ich will kasten. Ich will kasten. Ich will kasten. Oh, mein kleines Heavy. Ich will kasten. Und zwar, ich liebe dich, ich liebe dich! Ach so, ich habe Kopfschmerzen, was soll ich mich gerade eine Tablette für mich? Ich habe leider nur Ecstasy. Hilfst du das auch gegen Kopfschmerzen, Ecstasy? Jaja, kann ich dir gerne geben, wenn ich... Gib mir eine. Hier. Gib mir eine. Mit Wasser, mit Wasser musst du machen. Jetzt hast du Ecstasy genommen, das hilft. Und was funktioniert jetzt? So in zwei Minuten merkst du die Wirkung. Okay, danke, du bist der Beste. Ich kann nicht aufhören, Teckel zu schieben. Ich bin voll hyperaktisch geworden, dass mir die alte Tablette genommen hat. Das ist voll geil. Guck mal, ich bin ein Einhorn. meiner Lindy, meine Lindy, meine Lindy, meine Lindy, meine Lindy, Messiah! Nein! Ich will heute einfach mal weiter nur noch abschalten! Jaaahhhhh!!! Tschus, schst zu! Das ist voll geackert, die Kamera hat nicht aufgenommen, wo Melina und ich Scheiße gebaut haben. Okay, dann komm ich noch mal. Wie, wir bauen jetzt noch mal Scheiße? Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Ja, wir bauen Scheiße. Komm her, Bert. Wir gehen jetzt auf die Märchen-Toilette. Guck mal, das Märchen kackt hier. Warum hab ich hier eine Kuh stecken, Melina? Wie viel Wunder bist du? Die Scheiße. Du bist scheiße? Die Scheiße. Vom Rücken. Aus dem Rücken. Wie hast du deine Haare so gemacht? Ein Einhorn hat drauf geschissen. Echt? Ein Einhorn hat auf ihre Haare geschissen. Nein. So, Peter, gib mir Aufmerksamkeit. Du, du, Herbert. Simon, lass uns Scheiße bauen. Komm, lass uns das Dach hier rein. Lass uns ein Boot kacken und dann... Wo braucht es das Dach? Zeig mir! Wir wollen Wasser auf das Dach machen. Ja. Da geht's jetzt zum ganzen Dach her. Nein, das ist die Küche. Das ist falsch, das ist falsch. Du bist so falsch. Das ist die Küche. Das ist geil. Ne, hier geht's die Dach her. Da geht's rein. Nein, das ist... Oh! Nein, das ist neu! Herbert! Das geht so auf! Das ist Playstation 1! Gib mir einen Burger! Komm! Gib mir einen Burger! Komm! 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 Nein, du warst nicht. Ich bin immer nicht! Was soll das? Dach, Gibi! Ich hab sogar... Ich hab sogar deine Unterhose geklaut! Das ist feins geschenkt! Dann war er. Was machst du von mir? Jetzt bleib sitzen! Ich schicke mir, dass du dich durchlassen. Nein! 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 Ich muss mich verpflichten! Hey, pass auf! Die haut mich gleich in die Pfanne! Oh nein! Was macht ihr hier beide? Privates... Lästert ihr über mich? Ja! Nein! Doch! Nein! Was? Oh mein Gott, ihr kommt, ihr kommt! Auf Rack! Ich muss weiter! Ich werde nur einen Schlag geben! Herbert! Was ist hier los? Kiff dich hier? Herbert! Herbert! Komm, Herbert! Lass mich durch! Ich will Burger! 5 Stunden! Hey, Herbert! Herbert! Geh mal zum Putzfahrer! Ich hab eine Geheimwaffe gegen sie! Nein! Ja, genau! Sie hast Füße! Ich hab das auch mal gemacht, bis sie größer wurde! Ey, sind die blau? Ja, ich rufe den morgen früh an, aber... Haben die getrunken? Ja, ich rufe den morgen!